Okay, ich zeig runter. Fünf, vier, drei, zwei, 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 eins. Und damit halte ich ein Handsome Peter hier. Herzlich willkommen zu dem ersten Let's Play Together, was nicht League of Legends ist. Mit dem virtuosenen Nico. Wir spielen Borderlands, wie es halt im Titel schon steht. Frisch aus dem Bus. Haben uns schon die Charaktere überlegt. Ich werde im Berserker spielen, weil ich damit noch nie gespielt habe. Also ich habe zweimal das Spiel als Sirene durchgespielt. Dreimal sogar. Und das war Nico einmal auf meinem Account. So in sechseinhalb Stunden hat er es kurz durchgespielt. Ich habe es geschlafen. Ich dachte, was mache ich jetzt? Komm, ich spiele Borderlands durch. Ja, also wir werden Spaß haben. Viel Spaß. Du bist nicht bereit. Du musst bereit sein. Mensch, jetzt der ist bereit. Ich war nicht bereit. Das ist so viel Aufregung. Also wir werden viel Spaß haben, viel Scheiße bauen. 100% was halt geht, zwei DLCs und viel Spaß beim Intro. 100% was auch geht, zwei DLCs. Ach scheiße, es gibt gar kein Intro. Das ist das Intro. Nee, es gab doch die Busfahrt am Anfang. Ja, aber es gibt's im Multiplayer überhaupt gar nicht. Es gibt für Multiplayer keine Busfahrt? Ja. Warte mal, meine Maus-Lensitivität ist viel zu hoch. Wenn es weitergeht, nimm bitte dieses Eco-Kommunikations-Geräse. Heißt das, wir können nicht dem Busfahrer danken? Nee. Thank you, Backseat-Driver. Oh Mann, da hab ich mich so auf den Battle-Wars gefreut. So, okay. Ich hab 100 Leben. Wollen wir gleich ein Duell machen? Ja, klar. Du hast ja noch nicht deinen Action-Skill, dann können wir das gerne machen. Das sagte dem Mann, der auf mich einprügeln wird. Wo bist denn du? Ich seh dich gar nicht. Ja, das ist erst jetzt morgen. Hallo. Warte kurz. Halt die Klappe, Clap-Crap. Nein, 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 du schnappst nicht die Truhe. Vergiss es. Du mieser Mixer. Wo ist die Truhe? Shit, ich hab's vergessen. Ich weiß es noch. Ja, die war da oben. Ah, scheiße. Meine erste Truhe. Nein! Ich komm nicht hoch. Sehr schön. Ich komm nicht hoch. Lilith, komm nicht zu hoch springen. Kleine Menschen. Das ist Sexismus. Das ist okay. Oh, jetzt. Also, irgendwie lagen da keine Waffen drin. Das fand ich... Ach, scheiße. Ich hab ne Level-4er-Sniper bekommen. Okay. Okay, so sei es. Wo bist denn du da? Oh. Wieso springst du runter? Scheiße, du siehst mich ja. Die Shotgun hat keine Treffergenauigkeit, ne? Ich hab schon jetzt schon keine Munition mehr. Ich bin in der Wand. Fuck. Oh, scheiße. Wie schießt du langsam? Gut gespielt. Ich will genug Tuung. Gebt mir genug Tuung. Ich hab nur 26 Munition. Okay, warten wir müssen erst clap-tap. Oder ist der schon... Wo ist denn der? Der ist hinterher. Ach da. Hi, Clappy. Siehst du eigentlich mein Steam-Name oder mein In-Game-Name? Heißt In-Game anders? Hä? Also, da steht der Virtuoso. Okay, ja, passt. Und bei mir steht wahrscheinlich Satanic Cross, ne? Jo. Hey, hau nicht clap-trap, bitch. Alter, dein Hinterkopf lässt einfach einen Scheiß-Schrotzen-Muni abknallen. Äh, abprallen. Ist halt heiß. Okay, ich muss mich jetzt richtig schön kleiden. Hier, Sam. Ich mach jetzt meine Haare blau. Bitte folge mir. Das hat gar nicht so tolle Farben hier. Ja, der erste ist nicht von den Farben. Okay, bestätigen. So, steht bei mir jetzt noch... Nein, 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 nein! Bitte! Soll ich dir, soll ich dir aufhelfen? Bitte! Ich kriegst du ein Level-Up leider. Oh yeah. Kannst du das für mich aubachen? Wieso springst du... Ich soll für dich ins Feuer springen? Ja, das gibt noch lange kein Level-Up. Guck dir das mal an. Ach so. War das dann nur beim Zweier oder so? Ja, ja. Hier, belebt mich wieder. Ja, ja. Wir müssen noch warten. Hilfe! Mach schneller! Alter, die FPS ist so low. Alles gut. So, ich verstecke mich jetzt auch hier bei ihm. Ich bin Claptrap. Hallo? Oh mein Gott! Wo ist ein Clappy? Ah, da hinten. Scheiße. Nein! Clappy! Das ist so bescheuert. Okay, ich renne rein. Ich habe nur 25 Leben, aber ich renne einfach rein. Ah, die Schrotze ist ja mal mega da. Ich will nicht tun mehr. Bist du blöd mit meinem Level-4er-Sniper? Von mir aus droppst du einfach raus. Schaffst du's? Kannst du eh nicht ausrüsten. Vielleicht brauche ich die noch. Vielleicht gehe ich auf Fernkämpfer Brick. Wo ist denn da noch einer? Oh Gott, das hat es so ungewohnt. Ja. Man sieht jetzt mein Leben in meiner Aufnahme nicht, aber das sollt ihr ja nicht stören, weil ihr seht ja, wenn ich tot bin. Ja, ich habe einfach kein Leben, ne? Ist noch die. Wieso nicht? Wo ist denn? Da ist noch ein Gegner. Ich sehe ihn nicht. Ah ja, man kann ja, man kann ja... Oh Gott, ist das eine Pimmelpistole. Wow, die hat nur 10 Schuss gehabt. Ich brauche auch einen Muni. Warte, lass aufteilen. Welche nimmst du? Ich nehme Hyperion. Ja, dann nehme ich Torque, ne? Glaube ich. Ich habe ja nicht viel. Oh, das war schön viel Pistol Muni. Jetzt, Clappy, mach mal auf hier. Clappy gibt mir den Sack. Clappy, da würde ich nicht rangehen, da funkt es. Ja, Nico, du kannst sterben, das ist okay. Guck mich mal um. Oh, hier hat es noch ein Klo. Geil, lassen wir noch kurz kacken gehen. Kannst du mal vielleicht nicht zugucken? Das ist privat, Mann. Der Muskelprotz und ein Mann sitzt einfach auf dem Klo. Ich mache hier hinten ins Eck, Mann. Hat Clappy die Tür aufgemacht? Wo ist denn der? Achso, hier, er hat so einen Seiteneingang. Habe ich schon voll vergessen. Hm, hier ist ein Fass. Der ist auch ewig, ja. Oh, ich glaube, ich bin tot. Nico, was machst du denn? Hier ist ein Fass. Du siehst einfach nur, wie dein Team in die Tauke geht. Hey, ich wollte dir nur die 100 Erfahrungspunkte geben. Okay, jetzt hilf mir hoch, du Drecksack. Hilf mir. Ich sehe gar nichts, weil der Bildschirm ist schon fast schwarz. Du Arsch, ey. Danke, ich habe Level Up. Fuck, ich habe einen Crit gelandet. Krass, dass du das noch hinkriegst. Ey, irgendwie schießt der voll langsam. Ja, das ist am Anfang glaube ich so. Aber weißt du, was mich am meisten stört in Borderlands 1? Defeated for you? Es gibt, nee, es gibt einfach keine Badass-Ränge. Das war so cool in Zweier und Dreier. Und jetzt startet man halt wirklich, wenn man ein neues Spiel anfängt, halt wirklich schlecht. Aber es gibt auch die Herausforderungen, aber die geben halt leider nur Gold und Erfahrungspunkte. Und nicht so permanente Buffs. Das fand ich eigentlich ganz cool. Das war schon nice. So stark. Darauf können wir uns ja auf den neuen freuen, weil wenn wir den von Anfang an zusammenspielen. Schade, ich habe es gehofft, das ist fast erwischt. Äh, ja, fast erwischt ich. Was? Äh, nix, nix, nix. Ich knall Banditen ab. Ja, ist Level 2. Peng. Ich wusste, du bist der Richtige. Äh, ich weiß, wer das ist. Äh, ich nicht. Doch, klar. Also, ich bin jetzt, die Spiele nicht blind, nur so. Hä? Wir haben die oft genug durch. Ich öffne mal Briefkasten und nehme die Post. Ich finde es ja echt toll, dass hier die Leute Munition verschicken. Weißt du? Ich, in meinem Briefkasten sind nur hässliche Briefe und Steuern und so ein Zeug. Guck mal, guck mal. Hey, komm, komm mal, komm mal. Was willst du? Guck mal das, guck mal die Nummer an auf der Garage. Vier. Null. Ja, ich sehe von hier eine Null. Komm, komm mal her. Nein, 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 komm mal her. Null. Nein. Nein, 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 nein. Guck's von hier an, guck's von hier an. Nein, komm, ich will genug tun, komm. Willst du es mit mir aufnehmen? Willst du es mit mir aufnehmen? Ja? Stehst du auf Schmerzen? Meine Schrotze ist voll der Scheiß. Okay, okay, okay. Warte. Freund, Freund, Freund. Nein, 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 nein. Freund, Freund, Freund. Du hast Zielhüfe an. Du hast Zielhilfe. Ich habe keine Zielhilfe. Alter, warum schreckt Glück so krass? Oder gibst du es, oder? Ja, es gibt Zielhilfe. Die hilft dir beim Ziel. Ja, ich habe es nicht an, ich bin für die Wüste. Ich habe voll die Rotzwaffen. Dual Request Accept. Nee, ich mache keine mehr. Komm, Clappy, mach auf. Und Firestone, es besteht kein Grund zur Beunruhigung. Der neue Besucher hat das Problem gelöst. Die sind eh alle tot. Ich habe echt gedacht, jetzt ist alles aus. Außer dieser eine Typ. Das sind einfach nicht in Ruhe. Ich musste alles verrammeln. Ich lasse dich ruhig. Er lässt uns rein. Ich bin Club Trap in Größer. Okay, wir müssen Gebäude Nummer 3 öffnen. Nico. Langweilig. Nummer 3. Hä? Ich finde auch die Waypoints voll kacke in dem Game. Ja, die zeigen es halt nur so grob an. Oh, Cutscene. Da ist ein Totenschädel im Regal. Cutscene, was? Nein, jetzt ist wirklich eine Cutscene. Weil, guck mal, was der macht. Der cuttet. Ich glaube, der cuttet nicht wirklich. Doch. Guck mal. Da ist das ein abgecutterter Schädel. Und hier, guck mal, hier die Kiste. Guck mal, was liegt in der Kiste? Das sind abgehackt, was du magst. Oh, was liegt denn da? Oh, ich kenne den Raum gar nicht. Ich habe nie reingeguckt. Ich auch nicht. Cool, noch mehr Leichen. Cool. Seth, was stellst du mir die ganzen Leichen an? Seth, wir müssen reden. Ich glaube, ich stoße mir den Kopf gegen die Decke an. Geh du mal auf den Tisch. Geh mal auf den Tisch und spring dann gegen die Decke. Ich will gucken, wie groß dein Charaktermodel ist. Oder springen kann. Du lagst halt so ein bisschen. Ich komme nicht mehr hoch. Okay, spring. Okay, du bummst da auch dagegen. Scheiß Gleichberechtigung. Ich sammle mal Geld ein. Du hörst, du hörst du mal aus. Oh yes, wir kriegen unsere erste Monster-Slay-Quest. Jetzt fühle ich mich... Ah, okay, wir haben die gleiche Mission. Ja, wir haben immer die gleiche Mission. Ich stand einfach vor ihm in der Explosion und ich habe einfach keinen Schaden genommen. Ich habe gehackt. Ah! Ich habe nur noch zwölf Leben. Beschütze mich! Da ist einer hinter dir. Ich beschütze dich. Okay, Leben. Leben. Oh. Sieht aus, als würdest du nein-toast-schwer auf die Nerven gehen. Keine Sorge, der kriegt was... Ich verbarrikade mich hier. Geht zur Kiste? Was für eine Kiste? Ich wusste, du bist der richtige... Wir müssen Clappy retten. Der arme kleine Roboter braucht unsere Hilfe. Ja, aber wir müssen doch Skeks töten. Haben wir mehr Klass? Nee. Siehst du? Klassropp Rescue. Jetzt kannst du mal Klassropp abgeben. Ich... Der kleine Roboter ist da kramponiert. So geht er nicht mehr lang durch. Sieht zu, ob du was hier... Jetzt können wir die Skeks machen. Man kann mehrere Missionen haben, ja. Ja, aber da war gerade nur einer. Okay, du kannst das Spiel besser als ich. Wo kann ich die abspielen ließen? Bei Clapp oder wo? Ich hab sie schon abgegeben. Achso. Ich hab das Spiel halt zu selten gespielt. Ich hab's noch viel zu oft durch. Peng. Ich hab keils getroffen. Peng. Peng. Erster. Peng. 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 Wir müssen jetzt immer, wenn wir schießen, Pew, 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 pew. Oder also anhand des Waffentyps müssen wir das Schussgeräusch... ...peng, peng, peng, peng. Wie ein Lego-Batman. Äh, ich werd den Stuhl niemals vergessen. Ich stell mich schon mal da hinten hin, weil hier war irgendwann mal irgendwann eine Mission. Ja, ja, ich hol das kurz und dann kannst du eigentlich schon hingehen. Du holst... Speed to run. Cool. Ich musste abgeben und dann hol die neue Mission. Komm und hol dir deinen Fix heute. Halt die Klappe. Ähm... Da, da auf dem Dr. Z-Automaten. Das ist ja echt cool. Da ist eine Spritze und die hat so einen gebrochenen Fuß und... Alter, die Skax töten mich, während ich hier voll... Was? Bist du gestorben? Ja. Nice. Ich hatte nicht mal eine Millisekunde Zeit. Wow. Ich wollte nur ein Bild angucken, also einen Automaten angucken. Du kaufst dir ein Schild, ich brauch keinen, okay? Wir müssen uns einholfen. Ja, einer. Ich bin Brick, Mann. Ich brauch keine Schilde. Äh, Peng, Peng, Peng. Komm, wir gehen Bandits killen. Ja, okay. Du kannst auch dort weiter töten, wenn du willst. Da waren keine Bandits, da waren nur... Kleine Hundis. Skax. Ja, die kannst du auch töten. Ja, Erfahrungspunkte. Oh, das wird... Oh, das... Das Leveln war ja in dem Teil extrem scheiße im Multiplayer, gell? Äh, ich glaub nicht. Ich glaub, es war eigentlich okay, oder? Also, ich mein, an zwei Stellen war das Level doch ziemlich krass an Unterschied. Also, es ist halt schwerer als die anderen, glaub ich mal. Einmal war es die Stelle mit den beiden Riesenskags. Ah, ja, ja, die war einer der gemeinsten. Ja, der... Aber die ist auch für den Rückweg und nicht für den Hinweg. Und dann macht sie meistens auch einen Hinweg. Aber, oh, die werden richtig lustig. Weil die Multiplayer haben, die ja mehr Leben. Ja, deswegen. Ich hab Sniperreife Munition. Würfel. Äh. Peng! Oh, cool. Ich hab ein Fass getroffen. Das krieg ich hin. So Hauptsache, das bewegt mich nicht. Das liegt mit der Munition auf ihm. Danke. Die wird doch eh geteilt. Echt jetzt? Ja. Ich dachte, die wird nicht geteilt. Doch. Oder nur der Loot-Mission. Hä, was ist das denn? Da blinkt was grün. Ja, das ist später für eine Mission. Warte, nein, nein, nein. Ich entschärfe jetzt die Bombe, okay? Äh, hier ist der Shotgun. Oh, scheiß, Mann. Nein, nein, halt die Klappe, halt die Klappe. Da leuchten schon zwei Button rot. Äh. Äh. Ähm. Okay. Peter. Ich krieg's nicht hin. Was? Eine Schottie? Das sind gerade schon viele. Ja, jetzt. Komm, ich wollte Bomben entschärfen. Hast du den Shotgun genommen? Ja, aber noch nicht ausgerüstet, weil ich treff daneben. Cool. Oh, Treffer. Hey, ich hab's echt nicht so mit Zielen. Ja, im Einsatz ist es auch schwerer, finde ich. Wir müssen unsere Waffen aufleveln. Sind die Captain. Busted Shotgun. Wander. Repeater. 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 Alles klar. Hab ne neue Sprache. RIP-Theater. Die macht Peng. Komm, wir gehen die Mission zurückgeben. Dann können wir uns langsam hingehen, um unseren Skillpots zu bekommen. Oh, ja. Springen wir da runter, vertrauen wir. Ja. Uuuh. Da ist ne kleine Kiste. Ha. Ich hab 34 Dollar bekommen. Tja, jetzt ist weg. Also irgendwie lagst du voll. Ja, das ist, das ist bei dem Game leider so. Oder downloaden wir so schwer, dich zu treffen. Nee, ich downloade nichts. Ich downloade auch nichts. Hallo. Wo müssen wir es denn ab... Achso, bei, bei Z. Ja, ja, bei Z. Ich hasse seine Ult. Ja. Ja, hier bitte. Treff. Oh ja, TK Baha, dieser Barber. Der ist cool, der Tipp. Lauf mal hin. Lauf, Junge, lauf. Hast du auch seine Mission gespielt, im DLC vom Dreier? Äh... Ja, mehrmals. Schön. Da hinten sind Leute, dann wollen wir die wegsnipen. Ja, ja. Du willst einfach an mir vorbeilaufen, oder? Ja, ich bin wo ganz anders. Ich komm von der Seite, okay? Das ist taktisches, taktisches Spielen. Geh einfach zu TK, ich komm gleich. Wo bist denn du? T-t-t. Ach, da hinten meinst du. Äh, wie Spondi ja immer. Ich dachte, du meinst die Leute bei TK Baba. Nee. Katze ihn. Oh, scheiße. TK, please, no. Du, noch einen Schritt und es ist ein letzter. Du hättest dein Gesicht so ausdrückten sehen sollen. Ich will seine Schrotze. Ich hättest nicht mal gut. TK Baba. Nein? Dein Glück? Die Schüße nur. Okay, ich geh von der anderen Seite. Stollen food und töte Gott sei Banditen. Nettes Bein. Äh, wat? Oh, geschwollener Vorrat. Achso, die, äh, bei den Skeks, ne? Die kacken das ja dann aus, ne? Oh, nein, ein Skek-Welpe. Das war auch ziemlich random in dem Teil, gell? Die Missionen, die... Oh, ja, vor allem die... Ah, ne, hier ist jetzt mit Aufsammeln, okay. Aber sonst... Also, es gibt manche, die sind echt, echt random. Das auch mit diesen, äh, Waffenteilen, oder? War ja eigentlich auch so. Kommt noch. Äh, brauchst du mal eine Hilfe? Nö. Ich sterbe auch ohne dich. Stirb, stirb. Peng. Level up. Nice. Oh, hier ist ein Level 4. Oh, scheiße, die sind viel zu stark. Das geht nicht. Peng. Shit. Oh, da stirbt jemand, da stirbt jemand. Ich hab keine Hilfe gebraucht, obwohl, ne, schaff ich. Dein Fell wackelt so lustig. Okay, ich hab den zweiten Kackhaufen. Ich hab keine mit Sonne. Ja, äh, hier ist eine, den hol ich mir kurz. Hier ist der letzte, meins. Hihihihi. Dritte die Viecher. Dann brauchst du Hilfe. Ey, du hast ein Schild im Gegensatz zu mir, ja? Ich hab aber keine Munition gehabt, Garth. Den müsste ich erst einsammeln. Mal kurz hier. Am Anfang ist es echt nervig. War auch enttäuschend. Aber ich find mit, mit Schrotz-Munition geht's eigentlich ganz klar. Ey, hier geht's zu Firestone-Kolosseum. Echt? Ja. Cool. Die Läden haben neues Inventar. Oh mein Gott. Wir haben noch gar keinen Laden. Der Hosen-Laden. Samar-Bien-Laden. Oh Gott. Hast du Granaten? Kauf mal Granaten, bitte. Ja. Ich warte hier. Chill mein Leben. Aber ich tötte gerade Manditen. Chill ein bisschen mit TK Waha. Na, guck mal. TK. Wie fühlt es sich an, so eine Schrotz im Gesicht zu haben? Hä? Ich red mit dir. Arschloch. Drecksack. Der hat so... Der hat mega die fancy Brille. Die will ich auch. Ja, der wisst du, die Skeks sind wieder respawned. Was will ich gegen Level-2-Er-Skeks machen, Mann? Die sind voll schwer. Also ich find TK Waha und seine Frau, die sind voll süß zusammen. TK Waha sind echt toll. Guck dir seine Frau gleich an. Die ist toll. Also vor allem die Haare, wie er die gemacht hat. Und die stummelbeinchen. Ja, der hat hier so eine Nachbildung von irgendwas. Von seiner alten Frau. Ja, und vergleichsweise zu TK Waha sieht er echt gut aus. Warte, wo muss ich Grenade spazieren? Achso, da. Das Kaufgranat, Mann! Ja, das Tor geht nicht auf. Jetzt geht's erst auf. Mach das Tor auf! Danke. Oh. Cool. Jetzt müssen wir zu 9c. Okay, ich komme. Hat er 9.000? Toastbrot. Nein, Toast. Nein! Hey, da kann man sich so ein riesen Sandwich draus machen. Hammer. Ah, Kackhaufen! Nico, ich werd verfolgt. Ich hab weder Schild noch Granaten, weil du alles gekauft hast. Wie schützt mich? Mein Held! Das ist ein Feld zweier Viecher, Mann. Ach stimmt, und die zweite Stelle, ich meine, war jetzt gleich in dem Gebiet, wo wir hingehen. Ah, ja, 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 die ist ein Hundi. Ja, genau. Beides Gags irgendwie, wo wir die Probleme haben. Ich soll mal mehr im Nahkampf kämpfen, ich bin ja eigentlich Nahkämpfer. Warte, ich guck mal die Karte an. Aha. Sieht voll cool aus. Nico beschützt mich. Wir waren noch gar nicht im Inventar. Wow. 20 Minuten Aufnahmezeit. Ah, doch, einmal war mir im Inventar. Ja, ich hab voll die Kenntnisse. So. Alles erledigt, schön. Das ist echt praktisch, dass ich so einen Sklaven hab, der mir alle Gegner wegtötet. Der wird das Spiel für dich durchspielen. Ja, ich lauf dir einfach hinterher. Du schützt mich. Den Kockblock. Armer TK. Armer Tiefkühlkost. So, erstmal Shotgun, Speicherdike, Upgrades kaufen. Und ich verwende alles von dem Rest nicht. Ich würde sagen, SMG. Ich brauche Granaten. Scheiße, ich trage schon das Maximale. Fuck, Mann. Shotgun. Und was habe ich? Revolver habe ich? Nee. Nee, ich hatte einen Repeaterpistel. Oh, ich habe 1000 Erfahrungspunkte bekommen. Welcher bist du jetzt? Also, vier, gell? Aber wie weit? Ich bin mal nach drei. Ich habe drei Balken voll. Ich habe... Mir fehlen nur noch zwei. Echt jetzt? Ja. Wieso hast du 1000 Erfahrung bekommen? Tja, ich kann's. Weiß ich... Ich gucke mir die Herausforderungen an. Und die mache ich. Nee, ich habe keine Ahnung. Ich habe die Hälfte der Arbeit gemacht. Also, alle die ganze Arbeit gemacht. Du bekommst die Erfahrung. Ja, ich hätte gerne ein Level Up. Ich glaube, ich habe dich gerade fast hochgesprengt. Und ich glaube, du hast mir keinen Schaden gemacht. Ja, ich weiß. Das finde ich ein bisschen schade. Ah! Explosion! Wo ist er? Ada. Peng! Peng! Oh, komm noch ein, zwei. Gib mir deinen Lady Boner. Nee, da hinten war der. Oh, warte. Ja, stirb die wirklich ab, bitte. Ja, dann nimm du halt. Oh, die Musik. Hier ist der Shop dran. Ja, das ist okay. Ich sterbe kurz. Die Musik hat gerade mega reingedrückt. So. Alles klar. Level Up. So, jetzt habe ich meine richtig nighten Action-Skill. Ich habe keine Ahnung, was er macht. Ja, ich kann zuschlagen. Okay, Nachkampfstein. Ja, du gehst einfach ganz schnell und schlägst, Leute. Gesundheit, Schildstärke, Exklusiverschaden. Es gibt einen Bug, wenn du irgendwie den aktivierst und irgendwas mit einem Auto zerstörst und dann ein Auto gehst und ausschlägst, dann bist du super fast. Was, wenn ich ein Auto zerstöre? Ich weiß nicht, irgendwas sowas. Damit habe ich mal einen Speedrun gemacht. Guck, ich kann es gleich pieksen. Pieks, 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 pieks. Cooler Modus. Oh, ich verlange genug Schild. Äh, wann anders. Ich brauche immer noch ein Schild, fällt mir gerade auf. Wäre vielleicht nicht schlecht. Ich hole mir kurz ein Schild. Stimmt, man muss ja seine Waffen kaufen. Äh. Ich kann es mir nicht leisten. For fuck's sake. Alter. Warte, ich kann es mir immer noch nicht leisten. Ach du Scheiße. Oh shit, man kann sich ja nicht bewegen. Ah, das ist Level 7. Scheiße, ich brauche Hilfe. Ja, ist okay. Ich mache keinen Schaden mehr. Was ich im Teil aber sehr, sehr mag, ist, dass man diese Efficiency hat auf den Waffen. Hm. Ich mag den Grafikstil, der schon hier, weil sie ist... Ja, ich meine, das ist der erste. Der ist nochmal anders im Vergleich zum zweiten und dritten Teil. Er ist halt älter. Das kann man halt wirklich so sagen. Ja, aber irgendwie hat er was. Er ist halbgeschaltet, finde ich. Warte, warte, bleib mal stehen, bleib mal stehen. Dreh dich um. Ach, nicer Booty. Okay, geh mal weiter. Das war wichtig. Aber auf die Brüste guckst du nicht. Ja, die sehe ich immer. Boah, ist der leise. Ah, spitze Nippel. Ja, doch, das sind drei Eier. Ich habe auch drei Eier. Warte, ich gehe da jetzt rein. Hund oder ihn fokussen? Ich hau ihn. Ey, 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 ey. Aufs Maul. Mach den fertig. Ich mach den. So, wo bist du? Ja, aber ich will vielleicht nicht sterben. Ich mach den Finger und den kleinen Finger. Scheiße, Mann. Ich hab keine Ahnung, wo du bist. Du machst den einen und... Ja, lass mich den Finger töten. Du machst beide tot. Ich mach's mit Granate. Wo ist der? Ich seh nicht, weil der Pinchel ist so dunkel. Oh, Gott sei Dank. Schade, ich hab gehofft, meine Granate würde ihn hochsprengen. Au. Hey, du hast alle guten Waffen aufgehoben. Ich hab nur eine Waffe aufgehoben. Ja, das waren alle guten. Guck mal, wo bist du? Oh, fuck's sake. Wo ist er nun mal? Bestimmt nicht da. Veräßtes fuckboy. Das war die falsche Seite. Geh weg. Sag, was in der Kiste drin ist. Mein Schatz. Eine Pistole. Die nehm ich. Also ich hab jetzt gerade eine gute oder so. Und noch mal eine Schotte. Schotte. Eine, eine, eine Schotte ist drin. Hier rum ist eine Sniper und eine SNG. Perfekt. Ja, eine SNG. Willst du eine? Nee, ich probiere jetzt mal kurz die Pistole aus. Das ist notwendig in acht Leveln. Was Neues. Ja, Borderlands 1, wenn man echt selten wieder gute Waffen, finde ich. Tschüss. Hey. Hey. Kannst du es wieder runter? Okay, es kommt von alleine. Ja, da hat es keinen Knopf. Das ist uralte Technologie, weißt du, die haben noch so mit Bewegungssensoren gehabt. Ich komm nicht hoch. Fettsack. Fettsack. Du bist gerade einfach nicht gefahren. Fettsack. Peng, peng, peng. Wir müssen auf sie hören. Das ist eine Schnellreise, schade. Peng, 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 peng. Die haben zu krassen Panzer, ey. Ah, du bist ja schon da. Tja. Wieso ist manchmal der Ton so laut und manchmal so leise? Der ist das Borderlands 1 einfach. Wir haben keine weiteren Quests, oder? Habe ich geheilt für EP. Sehr gut. Ich schlag die gleich auch tot. Ich habe Schild von. Ich habe Schild von. Ja, ich heiße aber trotzdem Schilde immer willkommen. Bäm. Kann ich noch was anderes außer zwei Schläge? Ich habe zwei Moves. Wir sollten uns vielleicht informieren, was das Skilt. Äh, ja, ich weiß gar nicht, was es so ein Skiltree gibt. Keine Ahnung. Ich musste mich da erst reinlesen. Kannst du ja vielleicht eine Aufnahme in der Pause machen, während ihr auch... Nein. Okay. Nein. Oh, scheiße, Mann. Wreck it, Rolf. Benutzt die Snipper. Oh, scheiße. Die haben einen Kumpel. For fuck's sake. Bäm. Warte, ich gebe den aufs Maul. Okay. Ach, die Musik ist geil. Ja, schon, aber laut. Ja. Ich stehe leiser drehen. Ja, und die normale Musik hört man da gar nicht. Äh, das Gags. Naja, viel Spaß. Hier sind auch welche. Ich habe sie erst mal hochgesprengt. Warte, ich will ihn durch Springen töten. Lass ihn am Leben. Äh. Mein Bruder heißt Mario. Ich habe ihn tatsächlich beim ersten Sprung gekillt. Hammer. Oh mein Gott, Nico. Was? Hier sind Leichen. Hier sind tote Menschen. Haben wir nicht gerade mehr der toten Menschen getötet? Ja, aber die waren schon tot. Oh nein. Da hat uns jemand die Arbeit weggenommen. Oh, wer springt, wer besteigt mich hier eigentlich die ganze Zeit. Level up. Oh boy. Hier, ihr medisch. Immer noch nicht. So. Äh. Ja, ja, geht dein Level up kontrollieren. Wenn Nico wegguckt. Ach, scheiße. Ich werde. Da, Schotten. Nimm beides. Finde ich gut. Oh. Äh. Ich komme auch kurz meine Waffen durch. Ich schießt ja langsam. Äh. Die Waffe, the Clipper heißt, don't drop it, the might lose a toe. Warum finden wir eigentlich Level 7er Sniper und so Zeug? Weil wir Level 6 sind. Du. Äh. Okay, also. Jetzt komm, spring auch runter. Äh, geh du ins nächste Gebiet. Ich gucke gerade meinen Skilltree an. Ne, ne, ne. Hier unten hat es noch eine Kiste. Ja, dann nimm einfach alles raus. Jetzt komm, ich brauche deine Hilfe. Was willst du denn? Jetzt komm. W-w-w-w-w-watt ist denn? Äh. Ich wollte nur, dass du runterspringst und dann stirbt man. Stimmt, da gab es noch Fallschaden, aber man stirbt nicht. Ach, was? Wo war das woanders? Oder sterbe ich jetzt? Das stirbt, wenn du da hinten runterspringst, du Vogel. Ach, shit. Fuck. Okay. Ja, gut, ich gehe ins andere Gebiet. Guck dein Skilltree durch. Ah, scheiße. Was soll ich nehmen? Schläge. Okay, Sprintdistanz. Ja, ich glaube, das da ist ganz gut. Ja, finde ich auch. Da auf meinen Action-Skill gehe ich. Okay, äh, kannst du ins Milieu rausgehen? Ja, mach ich schon. Ich bin dir halt immer acht Schritte voraus. Boah, krass. Bleib stehen, bleib stehen. Bleib stehen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Du Wichser! Ach, scheiße. Ich bin ja gar nicht schnell. Ich kann springen, haha. Und schreien kann ich auch. Warte, fuck. Die Mission müssen wir bei TK abgeben. Ich wollte gerade zu Clappy rennen. Ra, 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 ra. Ah, 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 ah. So geil. Es hat mal meins geht. Vielleicht was auch durchgucken. Na, du hast noch Zeit. Dein Leveler braucht noch. Du hast keine Toll-Wasser-Aufnahme bekommen. Naja, ich habe es gleich. So, TK-Baba. Dich habe ich gesucht. es wird eingesetzt ob bist du auf phoenix gegangen oder auf face strike ich bin auf schläger gegangen ich meine damals zu sirene gespielt hast ich weiß nicht mehr was die gemacht haben ich glaube ich bin erst ganz links drauf gegangen aber ich weiß es echt nicht mehr bist du nicht auf alle mit da gegangen mittlerer skilltree ist auch nicht schlecht dann kann ich feinde mit nur 50 prozent wahrscheinlichkeit verwirren pro schlag auch nicht schlecht das da ist rechts ganz okay ich gehe ganz links drauf komm du gehst zu set und ich nicht ja gleich ich muss kurz durchlesen der ließ noch der versucht sich zu bilden soll ich auf elementar der mensch gehen oder einfach so auf die damage und von facebook halt was machst du gehst du auf dein skilltree oder auf waffen auf meinen action skill gehe ich dann gehe ich einfach elementar würde ich sagen so aufs maul bäm 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 aufs maul ich mach kurz nen boss ok dem gehe ich aufs maul ist er überhaupt schon da Oh, ja, wir sehen. Oh, oh. Scooter! Scooter! Wollen wir jetzt das TK machen oder Scooters Mission? Äh, äh, ich benutze mal kurz Catch-a-Ride und dann, du, du guckst durch, ja, ich bin da jetzt zu faul. Ne, das andere wäre zu TK gehen, dann machen wir halt kurz einen Miniboss. Hä, wo ist das? Kann man sich eigentlich ein neues skillen in dem Game? Oder geht das nur in den... Warte. Hier ist die Catch-a-Ride. Äh, ja, man kann sich reskillen. Ah, ich glaube, wir müssen, dieser Bug, den müssen wir erst TKs Mission machen und dann. Okay. Ich glaube, das ist ein Bug in dem Game. Dann gehe ich zu TK. TK. Baba. Mein bester Kumpel. Hallo. Der hat einfach weitere Arbeit. Okay, äh, suchen wir Klingenblumensamen. Ich habe Catch-a-Ride zu sichert schon angenommen. Das ging jetzt irgendwie. Aber ja, suchen wir Klingenblumensamen. Dieses Gag schaffen wir eh nicht, oder? Oh, nöt. So was zu suchen? Ah, was, was schaffen wir nicht? Den sind's gar. Ne. Geh doch noch nicht ins Gebiet. Ich drehe Däumchen, schieße in die Luft. So, ah, so. Oh, da ist ein cooler Totenkopf im Zoom-Modus. Peng. Ja, ha, ha, ha. Das geht irgendwie schneller in dem Spiel, das Reisen. Ich finde es gleich schnell. Ne, ne, ne. Da ist ein Unterschied. Das weiß ich. So, warte, ich brauche noch ein Level für die Snipper. Healing-Schild. Na. Na. Okay, lass abgehen. Hier liegt man. Mal war, hä? Oh. Was hat... Ach, Repeater ist... Ja, Wiederholer, ne? Ist Pistol, gell? Genau. Einmal lass erst die Data-Con-Recorder machen, wir können auch uns aufteilen. Gehst du zu 1, nicht zu 2? Äh, wenn du mir sagst, was du mit 1 und 2 meinst, ja. Du gehst einfach jetzt rechts. Wenn man jetzt da, wo mich das Echo hinführt... Ja. Das ist mir zu schwer, verstehe ich nicht. Geh einfach genau da, was dir die Karte sagt. Okay. Okay, hetz mich nicht. Ich krieg das hin. Nur keine Panik. Ich nehm die Abkürzung durch den Skekbau. Oder obendrauf. Haben wir hier überhaupt hoch? Was? Ich versuche hier hochzukommen, aber es ist so laut. Oh, es klappt. Mach doch Musikleiser. Ja, und dann muss ich wieder... Fuck you. Ah, ich bin Lübe 7. Dann hab ich mir die XP aufgeholt. Peng. Scheiße. Äh, als Elementar warf brauche ich definitiv, gell? Wenn ich auf Elementar gehe. Okay. Jetzt kannst du einfach zu mir kommen, beziehungsweise da, wo Skar ist. Wenn du's noch weißt. Skar. Narbe. Tat mir immer noch nicht weh, der Sprung. Ich snipper alle weg. Scheiße. Hast du auf mich geschossen? Nein. Würde ich nie. Niko, hör auf, so zu denken. Zack. Wo ist noch jemand? Da lebt noch einer. Oh. Oh. Ha. Der ist tot. Boah, diese Feuersnipper ist echt nice. Glaub ich dir. Weil sie Feuer ist. Slit. Ein Element. Oh Gott. Oh Gott, Granate. Ich renne da mal weg, ne? Oh, das ist schon Skar. Ja, Überraschung. Nee, eigentlich war es nur ein bisschen größeres Gag. Okay, scheiß drauf, Nahkampf. Aufs Maul, du Drecksack. Eigentlich geht es ziemlich gut, weil Feuer macht richtig gut Schaden. Geil. Ich boxe mich einfach mit ihm. Nahkampfstyle. Wo ist denn da noch jemand? Da, aufs Maul. Braucht jemand ein Medi-Kit? Braucht jemand ein Medi-Kit? Nein, aber ich will dich hauen. Nico, komm her. Scheiße. Hey, wie lustig muss das sein, mit vier Berserkern zu spielen. Willst du die Waffen? Guck ich mir gleich an. Mit vier Berserkern zu spielen und alle aktivieren gleichzeitig ihren Action-Skill. Das ist Geschrei. Nee, und hauen sich halt und fordern sich zum Duell auf und killen sich gegenseitig. Das meinte ich. Ja, nee, ich kann nicht gut verkaufen. Hey, ich wollte nur nett sein. Okay, klingensam, Appilion. Ohne Haar. Warte, hast du... Ah, nee, das da. Ja, was? Du hast den... Ja, du hast gar gekillt und das hat den eingesammelt, seinen Fuß. Ja, ja. Ich glaube, du hast sogar seinen Fuß angesammelt. Es kann sein. Ich meine nämlich nicht, einen Fuß vor mir gesehen zu haben. Da ist jemand unsichtbar. Der Schlingel. Warte, Level 8. Du Dreckstack. Jo, hab mich geskillt. Ich bin 7,5. Das wird ein Nachspiel haben. Ich bin 7,5. Ich weiß, deswegen sind wir doch Freunde. Wait. Rape Whistle. So. Hier ist ein Adelsgag. Ein Erwachsener. Hab ihn. Ja. Hier sind ein paar Spucker. Okay. Spit on him. Ah, mein Leben. Hat er gerade Gay geschrien? Geil, oder? Oh. Oh. Die springen alle nach mir. Hilfe. Hilfe. Lass mir einüben. Oh, scheiße. Das wär das. Das wär das. Das dir die Stelle meint ich. Shit. Kannst du was töten? Ja. Vielleicht. Gib mir ne Sekunde. Du hast was getötet. Merke ich mir. Ja, wegen Feuer. Ich mach dir den Ding low. Ja, ich lebe da sowieso nicht lang genug. Ja, okay. Dann tut mir leid, es für dich. Ja, merke ich mir. Die Stelle meint ich. Okay, ja, die wird schwer. Aber nur im Multiplayer kommen richtig viele von diesen Badass-Dinger. Ja, das war eigentlich nur der Erste. Hast du Munition gekauft? Nein. Wirst du brauchen. Hä? Wenn man respawn kriegt, habe ich mir noch eh Munition zurückerstattet. Nein. Doch. Nicht viel. Ja, so viel habe ich jetzt auch nicht rumgeböllert. Hast du gar nichts gemacht? Ja, genau. Weißt du, wie langsam... Oh Gott, der hat mich schon gesehen. Äh, warte auf mich. Er brennt ein bisschen. Er rennt auf mich zu. Nico. Ich fiel sie mit Feuer an. Komm zu mir. Da sind zwei. Ein ausgewachsener. Da sind drei. Oh shit. Oh scheiße. Ach der... Gab hier drauf? Ja. Hüt, 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 hüt. Ich laufe so in... Warte. Der kriegt auch Schmorg. Hüt, 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 hüt. Oh, krass. Huh, huh, huh. Ich will den Actions gleich benden. Den kann man nicht vollzeitig benden. So. Okay, ich bin, äh, die, die Türblockade. Du kommst hier nicht vorbei. Scheiße, ich dachte, ich war breiter. Huh, huh, huh. What, du hast Pistolkenntnisse schon? Zwei? Du kommst so... Ich hab aber nicht grad richtig viel mit der Spiel. Ah, cool, ich hab gar nichts gemacht und meine Sniper Rifle ist einfach hochgegangen. Okay. Anscheinend muss man die einfach nur in der Hand halten. Ich schieße so schnell. Ich hab voll die Ranzwaffen. Ich hab auch keine gute SMG. Ich brauch noch eine neue. Peng! Ah! Er schießt halt, bevor er sein Maul aufmacht. Ja, nee, ist klar. Oh, okay, jetzt hab ich meinen Actionskill. Oh, level up. Ah. Hey. Hi. Shit. Du lebst eh wieder. Ah. Ah, nachladen. Okay. Da drin spawnen meistens richtig viele. So, ich mach erstmal meine sweeten Berserker-Dauer hoch. Die ist echt gut. Außer, dass man halt richtig nice ausweichen muss. Oh, sammelt, klein Nico, kleine Blümchen. Das ist aber süß. Machst du das für die Omi? Ah, du kämpfst schon? Ja, natürlich. Ich dachte, du sammest Bündchen. Snipper. Da kommen gleich auch ein oder zwei heftige raus. Ich hab' mich nicht davon. Also, ich hier. Wahrscheinlich gibt's keinen auch zum Stress. Nee, irgendwie nicht. Da liegt was. Aber Adults, gell, wenigstens. Brrrr. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Ich hau' euch. Meins, 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 meins. Shit. Achso, Granat. Ah, warte. Meins. Hey, scheiße. Außer, dass Granatenteil wollte. Ah, okay, egal. Ja, okay, warte, nee, nee. Nein, 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 du hast mich schon enttäuscht. Vergiss es. Okay. Da, nee, da, da, nicht. Nein. Oh, ich hab' ein voll altes Visier. Auf meiner Snippeer. Peng, peng. Peng. Kommst du? Hetz mich nicht. Ich bin keine schlanke Sirene, die hier 100 Meter Lauf macht. Ich bin Fettsack. Oh, die Sniper trifft besser. Zack. Ey. Ey, hier ist eine Feuerpistole. Ey, hier ist ein Ballast. Ja, aber da war eine Feuerpistole. Da war eine Feuerpistole. Danke. Ich stelle mich ihm in den Kampfweg, irgendwas. Au. Ja, das sind jetzt beide da. Ich hau' ihn trotzdem. Ach, das ist zwei. Ja, der ist schon fast tot. Ja, okay. Geh mir den anderen. Kann ich nicht kontrollieren wegen dem Feuer, das ist das Problem. Nimm den Splitter Sky. Versuch's. Ah. Wo ist er? Hä? Ich seh' einfach gar nichts. Ich kann nicht zählen, das ist viel zu dunkel bei mir. Ach, ich leb irgendwie. Hast du mich retten? Nein. Ich bin nämlich, äh, down. Dann geh. Versuch's zu überleben. Ich komme, soweit ich... Wollt mich da wieder. Ey, ich hab... Jetzt, man sieht echt gar nichts. Okay, ich werd' wahrscheinlich sterben. Okay. Okay. Ja, lauf' einfach, äh. Ich, ich sterb. Äh, ich bin noch am spawnen, weil ich Munition kaufen muss. Ja, okay, dann shoppen wir erst mal kurz. So. Kaufe mir die Speicherdecks. Was hab' ich denn für Bonus auf der Pistole schon? Alles nice. Releads, bitte ne Currency. Okay, lass' los. Das sind die Badass-Ränge von dem Game. Ja, die sind nur auf... ...einen Speicherstand. Ja, ist auch okay, find' ich. Kommst du? Ja. Warte. Ich muss kurz überlegen. Oh. Nice. Okay, ich komme. Ich muss die Respawn. Gleich. Ich muss dir etwas Wichtiges nachschauen. Ich renne. Ich eile. Ich komme. Ja, hier. Sind sie schon nachgespawnt? Oh mein Gott, da ist er. Oh mein Gott. Hat er mich bemerkt? Nein. Du musst noch Lärm machen. Äh, ich glaube, er hat mich bemerkt. Okay, gut. Ich will die Abkürzung nehmen. Ey. Geht's ab. Ja, ja, ja. Brick. Scheiße. Mountain Clive Simulator. Ich versuche von hinten zu kommen. Okay, perfekt. Das heißt nicht, dass ich es schaffe. Ich versuche es halt einfach. Ich habe ein Half-Life gemacht. Scheiße. Kann man hier. Er könnte gleich sterben, wenn ich Glück habe. Ja, ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Sehr schön. Du. Er hat das im G getroppt. Schön. Mit weniger Schaden. Schön. Scheiße. Wo bist denn du? Ich versuche hier hoch zu jumpen. Da geht's nicht. Ja, ich versuche es. Abkürzung. Da ist eine Truhe. Vor Nico da sein. Also, ich bin gleich da. Scheiße. Ach, komm. Da muss es doch. Sagen wir jetzt nicht noch ein Badass. Komm, du kannst eigentlich schon zurückgehen zum Teleportieren. Ich mache einen Spuckers-Gag weg. Da ist ein Badass. Shit. Ich komme. Oh, er hat mich noch nicht bemerkt. Schieß. Äh, kommst du hier? Ach, du bist schon oben. Du hast es geschafft. Nein. Ich stehe nur an so einer. Oh, scheiße. Ich bin runtergefallen. Kommst du bitte hoch. Geht nicht. Komm, haust du rum. Ah, nö. Ich schieße von hier unten, wenn ich mich wieder so geil positionieren kann wie gerade. Ich habe noch zwei Granaten. Er hat mich runtergeworfen. Nein. Der letzte Klingblumsamen. Hab ihn. Danke fürs Level up. Fuck you. Ich habe noch... Habe ich überhaupt irgendeine Kenntnis außer Sniper hoch? Ah, ja, doch. Ich sehe das mal nicht. Du musst auf Shotgun hochgehen. Das ist bei dir echt gut. Sonst nehme ich mir die Sledge Shotgun. Nein. Doch. Ich glaube, ich mag die sowieso nicht. Okay, perfekt. Meine. Dips. Auf leckeren Dip hätte ich jetzt auch Bock. Was für den? Was für welchen? Käse. Hier muss das doch. For fuck's sake. Ja. Ja. Nein. Oh. Das war so knapp. Scheiße. Die Abenteuer von Peter. Hä? Ja. Nein. Da gibt es so eine Nische hier. Ach scheiße, du bist schon da. Okay. Fuck. Geh einfach, Titin. Ach fuck. Ich wollte meinen Spaß haben. Oh, du hast eine Kiste geöffnet. Hast du halt eine Flood of TCH 20 Rowdy Mashing Gun bekommen? Ja. Wow. Genau das Modell. Ja, das wird mir oben angezeigt. Irgendwie schon lästig. Ich hole uns noch Erfahrungspunkte. Nice. Nice. Oh, da lebt noch einer. Okay. Döööö. Peng. Peng. Wow, sieben. Okay, ich reise. Gleich. Ins DLC-Gebiet. Oh nein. Jetzt Zombie-Modus spielen. Zombies? Na klar. Okay. Was war's? Jacob's Cove. Nein, nein, nein. Firestorm. Nein, nein, nein. Jacob's Cove. Okay. Wir können gar nicht TP'n bis jetzt. Doch, klar. Nein. Da ist eine Schnellreisestation. Ja, aber die Schnellreisest ist noch nicht freigeschaltet in-game. Also du kannst nur zum DLCs. Hey, mein Borderlands ist abgeschmiert. Echt jetzt? Tendering Threat Exception. Ist es? Ist der Borderlands ist echt abgeschmiert? Ja. Hm. Ich würde sagen perfekt, um die erste Session zu beenden. Nein, nicht perfekt. Ja gut, okay, perfekt. Ja, also ihr Lieben, das war die erste Sitzung. Wir bedanken uns fürs... Ich würde es so gerne auf Französisch sagen, weil da klingt es so richtig geil schwul. Bonjour. Ja, genau. Ja, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Tschüss. Ciao.